Cradle to Cradle gilt für alle Branchen, weil es bedeutet, den menschlichen Fußabdruck zu feiern und den nicht zu minimieren. Also nicht zu sagen, Mist, dass du da bist, sondern zu sagen, schön, dass du da bist. Die menschliche Kreativität zu feiern. Die Menschen müssen nicht weniger schädlich sein, sie können nützlich sein für die anderen Lebewesen. Das Höchste im Augenblick in Deutschland ist kohlenstoffneutral zu sein. Ein Passivhaus. Aber ein Baum zum Beispiel ist viel intelligenter. Ein Baum reinigt die Luft. Ein Baum ist kohlenstoffpositiv, nicht carbon neutral oder sowas. Nicht klimaneutral, was das höchste Ziel ist, sondern wir können Dinge machen, die klimaförderlich sind. Also alle Dinge nochmal neu erfinden. Eben nicht weniger schlecht, sondern gut. Im Moment versteht man den Umweltschutz, wenn man möglichst wenig zerstört. Also fahr weniger Auto, schützt die Umwelt. Mach weniger Müll, schützt die Umwelt. Damit schützt man aber gar nicht, sondern man macht nur weniger kaputt. Wir können uns Autos vorstellen zum Beispiel, die die Luft reinigen. Also zum Beispiel Feinstäube binden. Warum soll ich meine Lunge einsetzen, wenn der Unterboden an meinem Auto die Feinstäube aufnehmen kann? Inzwischen stellen sich ganze Industrien um. Zum Beispiel der weltgrößte Hersteller für Büromöbel in Deutschland ist Gerüter Werndl zum Beispiel dazu. Hat dieses Jahr den 100. Geburtstag, hat vor 18 Jahren angefangen. Alle Produkte sind inzwischen Cradle to Cradle. Jeder Bürostuhl, jedes Regal, jeder Schreibtisch davon von denen hergestellt, ist so bereits gemacht. Und das gilt wie für viele andere Industrien auch. Inzwischen gibt es über 1100 Produkte auf dem Markt, die das leisten davon. Wir wollen vor allem, dass es eben eine gewerkschaftliche Sache ist, weil es um Qualität der Arbeit geht und weil es darum geht, die Beschäftigten wirklich echt zu beteiligen bei Produktentwicklungen. Und das ist etwas, was mir wirklich sehr wichtig ist, weil die Frage ist doch, für weniger schädlich sind wir viel zu viele Menschen auf der Erde. Wenn wir aber nützlich sind, dann muss ich nicht ein Kind anschauen und sagen, verdammt Überbevölkerung, sondern sagen, schön, dass du da bist, was für eine Chance für den Planeten.